3, 2, 1 Ja, schön Headshot 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 in der Luft Oh mein Gott Oh Let's load Hab ich Hab ich tot Du Kackloser, Alter. Niki, verpiss dich aus unserer Lobby Wir werden heute die Only Sniper Challenge In Fortnite machen Zusammen mit Pigs. Bro, Maxi, bitte Nicht schon wieder. Es tut mir leid Figs, aber es musste sein. Leute Falls ihr noch coole Challenge Ideen habt, dann Schreibt es mal bitte in die Kommentare und lasst auch gerne Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Fortnite Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde Nur mit Sniper Ich bin bereit. Wollen wir uns wieder eine Sniper holen Hier oben? Ja, lass uns eine Sniper holen Hier oben. Let's go, Bro, man. Wir sind die besten Sniper-Spieler der Welt Ich liebe Fortnite Bro, wo ist nochmal die Sniper? Oben bei dem Luftflieg Helikopterplatz Ah, da hinten, okay. Okay, komm, komm Ich geh trotzdem erstmal Oh mein Gott. Ich unten rein, dass keiner die Waffen hier nimmt 3, 2, 1, 2 und Schwung Komma! Ich hab schonmal die Waffen geklaut Haaaah, scheiße Okay, ich hab verklaupt. Hier ist einer Der hat ne Waffe Der hat ihn verloren. Er ist dead Okay, jetzt nur noch Sniper. Komm, wir kaufen uns Äh, Bro, ich hab legit Null Gold auf den Account Echt? Ja, Bro, gönnst du ein bisschen? Ja, okay, hier. Ich hab wirklich gar kein Gold Ey, ich danke dir. Viel Spaß damit, mein Freund Oh, rechts läuft einer. Hier, rechts, rechts Oh mein Gott, hier unten Hey, warte mal Lama! Lass mich das Lama aufmachen Lass mal die normale Waffen nehmen, um das Lama zu killen, kurz, oder? Ja, okay. Wir brauchen das Lama, unbedingt Ja, ich hab, ja, ja. Wir brauchen die Kugeln Warte, warte Hey, Shot! Ey, Bro, wir müssen hin Ja, geh hin, geh hin. Ja, Moment, ich kann nur Spitzacke machen. Da ist einer Okay, ich geh mal hin Okay, ist es down? Ja, ich bring den um, der da ist Der ist hinterm Stein. Ja, Bro, ich hab legit keine Sniperkugeln, also, keine Ahnung, ich bin halt tot Ja, du kannst einfach da reinlaufen und die Sniperkugeln nehmen, oder? Ja, ist da nicht einer? Du meintest, da ist einer Oh, da ist einer! Ja, wo denn da? Ja, ich bring ihn einfach mit dem Ding um Oh, ich hab keine Kugeln mehr Hä, der dippte. Der dippte richtig. Oh, der dippte halt anders Ja, scheiß auf ihn. Oh mein Gott, dieser Lut Okay, ich hab alle Waffen raus jetzt Oh, Alter. Digga, wir holen das Wir holen das. Okay, hier sind zwei Schwerter, auf jeden Fall Ja, ich komm mit dem Auto zu dir. Ja, was mach ich denn da? Boah, Digga So gesteckt. Wir gehen rein. Wir brauchen auch eine zweite, jeder. Ja, ja, oder Was machst du denn? Oh, das Auto hat mich Das Auto hat mich weggekickt Alter, das war dein Soundtrack Max, hier ist dein Soundtrack. Ja, Baby Boah, die Musik ist so geil, ne? Ich schwöre Die Musik ballert richtig. Die Musik ist so geil Ich versuch's Fahr, 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 fahr weiter Die haben alle Waffen, das ist unfair Wollen wir rausgehen? Lass den Busch kommen Ganz klar, Bro, das ist die beste Idee, die wir hier hatten Vermiss die Musik Links, links, links Nice, Bro Wir sind Maschinen, Jungs Hinter uns ist jemand Wo sitzt er uns? Bei dem Busch, da ist jemand mit dem Schwert grad hergekommen Ja, im Busch, im Busch Hab ihn Nice, der andere kommt Sein Mate kommt Hit, 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 hit Oh, wir sind so geil Let's go, Baby Free, Alter, free Ich hab schon ein Sniperperk Hast du auch schon? Bro, guck mal Noch eins No way Aber wir brauchen das Lama eigentlich gar nicht, ne? Ja, schieß auf den Kopf, komm Wollen wir es nicht leben lassen, Bro? Das arme Lama, ich weiß nicht Doch, wir bringen dieses Lama um Bro, 3, 2, 1 3, 3, 1 Oh, legit armes Armes Lama, Alter Es hätte nicht sterben müssen Komm, lass mit Auto fahren Du bist Ich hasse dich Du bist so ein kleiner Pisser, weißt du? Hier, das machen wir uns eh fahren, weil du den scheiß Platz wechselst Ich hab keine Ahnung, was du meinst Sorry, keine Ahnung wirklich Und dann triffst du wieder nichts aus dem Auto raus Hey, Bro Das stimmt vielleicht so Jeden Schuss, den du verzählst 5 Euro für mich Oh, links bei der Tankstelle Da, neben der Tankstelle beim Hüttchen oben Knock Was ist hin, was ist Ich seh ihn nicht Der trägt ihn, glaube ich Hinter dem Stein Ich überfahr den einfach Da ist der Knockin Wem wird's überfahren? Kannste ihn finischen? Ja, das muss ich anladen Nice Der ist weiter Der arme Nicht mit Auto Ey, hier ist die, der 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 ist die, die, die ist die Klaus Ach Digga, wo ist die Snipe ich hin? Oben aufm Berg, Vorsicht, die Snipe auf dich Knock Kein Aim Aber wir müssen drauf, oder? Schwer, aber ja, wir können es fahren Ich geh nach links, ich geh nach links und hol mal ein Finish. Ich geb mir einen Trickshot. Oh, nein, Mixi. Okay, der haut wenigstens ab. Oh, ah, andere Seite fixiert er mir hinter mir. Ah, ja, ja, ja. Ich hab schnell gefinisht. Lass weg, geh weg, geh weg. Nimm dein Scheiß. Bin weg. Ich kann nicht mehr dashen. Der ist, Junge. Fettkopf. Oben auf dem Berg, glaub ich. Ja. Ich kann nicht pingen, aber oben auf dem Berg. Ja, ja, ja. Der fliegt, ne? Oh, wie knapp. Ich hab ihn gehittet. Oh mein Gott, was ist das? Ey, was ist mit dir los? Ich bin eine Legende geworden im Snipen. Ich bin einfach schon immer besser als du gewesen. Es ist einfach die Wahrheit, oder? Du spielst jeden Tag vier Stunden. Der haut wieder ab. Ja, ja, den kriegen wir aber never, oder? Zehner. Oh mein Gott. Ich krieg den. Pass auf. Boah, hat's gehittet, oder? Ich hab No-Scope-Hit-Marker. No fucking way. Was, Digga? Ich hab No-Scope-Hit-Marker gemacht. Bro. Also, man hat das überlebt, Junge. Nicht im Ernst. Ich hab was? Das war geisteskrank. Bro, ich mach No-Scope und drehm mich so weg, so No-Look-mäßig. Ich treff einfach. Imagine, der wär gestorben. Ja, wirklich. Das Dach oben, falls da keiner ist. Ja, die sind vorm Dach. Da ist ein... Oh mein Gott. Wir gehen drauf trotzdem, oder? Das wird super close, ja. Zur Not, der ist schon wieder weg. Einer hit. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, good one. Im Haus drin. Okay, mein Never, Digga, im Haus. Oh mein Gott, ich bin runter. Oh mein Gott, same. Hab ihn hittet, hab ihn hittet. Der gefällt nach oben, glaub ich, fix. Ja, ich schieße ein bisschen Ding. Darum ist halt Arsch viel Loot, ne? Er ist ganz oben. Hab ihn, let's go. Nein, wir sind so gut, Maxi, Alter. Holy shit. Let's go, Alter. Wir sind die Besten, Mann. Wir reißen das. Der ist gerade die erste Runde auch noch. Überleg mal. Die Fights sind auch übel spannend gewesen bis jetzt, ne? Ja, ja, Todes, wirklich. Geh nicht zu weit rein, geh nicht zu weit rein. Wenn die zu close sind, haben wir keine Chance. Oh, Brücke ist vielleicht geil, oder? Na, ich will hier rüber gucken. Bro, guck mal, Brücke ist insane. Aber die ist nicht in Zone, deswegen. Okay, meinst du, deine Position ist gut? Die fühlt sich so offen an. Nee, geht eigentlich. Wir können auch hier rüber gehen. Darüber ist vielleicht sogar besser. Okay, Teambesprechung. Wie machen wir das am besten, Meister? Erzähl mal. Wir nehmen diese Waffe hier. Ja. Und dann schauen wir... Ach, du hast zwei. Oh, warte. Oh, nein. Ich sehe ihn, warte. Hit. Oh, hinter uns, hinter uns. Vorsicht. Dass er nicht tot ist, ne? Oh, mein Gott. Ich gehe mal kurz runter. Ich gehe kurz runter. Vielleicht zum Haus, vielleicht zum Haus gehen? Haus scheint gut zu sein. Aber glaub, da ist jemand. Hier, links. So, welches Haus? Ja, ja, hier links. Das Haus, das Haus kann richtig gut Schuss bieten. War das jemand? Wir müssen... Oh, wir müssen die killen halt, ne? Oh, die snipen auf mich? Die haben den einen genockt. Die haben den einen genockt. Lass auf das Dach gehen. Der läuft weg. Wo? Ah, der genockt ist tot. Oh, mein Gott. Hit. Down, down, down. Nein, 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 nein. Ich muss nachlaufen. Ah, ich wollte geht es, ich wollte geht es. Gut. Kannst du mir auch einen geben? Ja, hier. Ja, nice. Sind die im Baum? Sind die im Baum? Weißt du das? Nee, ich weiß nicht. Sind die im Baum? Nee, die machen den Baum hinten an der Kante sind die. Wir müssen halt zu dem ein bisschen gehen, das ist kacke. Oder? Ab ihn geht jetzt rechts, rechts einmal hit, einmal hit. Hoffentlich haben wir Zone. Aber fuck, man, wir haben ein Problem. Boah, wir haben so eine scheiß Position, ne? Ich gehe zum anderen Baum. Dann haben wir ein bisschen Ding. Mein Baum ist gleich kaputt. Baum ist kaputt. Oh, mein Gott. Fick, schieß auf die. Ja, ich gehe hoch. Ich muss. Oh, die haben andere Waffen. Ja, die haben alles. Oh, mein Gott. Hab einen Headshot, hab einen Headshot. Nein, nein, nein. Nur noch der rechts. Oh, nein, Bro. Du machst das so kacke für mich. Ja, Bro, ich kann nichts machen. Geh hoch. Anli, du hast noch einen Trank, ne? Ja. Schließt auf mich. Es sind doch ein Baum, wo ich war. Bro, ich muss nachladen. Ich muss alles nachladen. Ich kacke ab. Trink, einen Trank, wenn es geht. Der schießt sich gleich runter. Ja, ja, muss man machen. Trink, einen Trank. Trink, einen Trank. Wo ist er? Schwert, 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 Schwert. Nein, das ist so taugend. Nein. Ich hab den Choke, die letzte Shot. Bro. Oh, mein Gott. Was für eine Runde aber, ne? Die Runde war aber krank. Die Runde war richtig krank. Holy shit. Die Runde war insane. Die Runde war insane. Ey, Bro, das ist legit meine. Please, 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 please. Felix, please. Was willst du, Bro? Ey, Bro, ich hab meinen Key verwendet dafür. Wir haben extra Key gekauft. Ist doch mir egal. Ist meine Sniper jetzt, joink. Guck mal, Felix. Nein, nein. Wir machen das nicht so, oder? Felix, please, please. Wie machen wir es dann? Guck mal, ich kauf dir gleich eine Sniper. Die hab ich patentieren lassen. Weißt du, so ein Ding ist das. Ja, aber was mach ich, wenn jetzt ein Gegner auf mich kommt? Ich muss mich ja irgendwie verteidigen können. Ja, kannst du eine andere Waffe haben. Okay, du kriegst die Sniper. Ey, Bro, das ist so oder so meine eigentlich. Ja, eigentlich. Aber du kriegst die Sniper, wenn du sagst, dass ich besser bin als du mit der Sniper. Ey, du bist viel besser. Guck mal, wie viele Käse du schon gemacht hast. Meinst du das auch ernst? Ja. Okay, hier. 6,5 Stunden später. Ich seh niemanden, Bro. Ich seh auch niemanden. Ah, er hat Reboot. Ah, Reboot. Ich seh, links von uns ist auch ein Slider. Fällt er in unsere Richtung? Ich glaub er ist. Da auch ganz unten am Sliden. Ja. Das weißt du? Ja, ja, aber es ist Wurf. Schießt nicht, oder? Nee, nee, scheiß auf. Die kommen jetzt hier bestimmt gleich und wollen... Wir müssen halt sparsam sein mit den Kugeln. Schau mal, da hinten ist jemand am Sliden. Und da unten ist auch jemand am Sliden. Ja, du hast die ganze Zeit einen guten... Hey, beim Boss unten, da unten ist einer. Ja, der war vorhin auch da. Der ist unter dem Post. Hier ist auch jemand. Nochmal, auf dem Dach, auf dem Dach. Oh mein Gott, wir haben ihn beide gesehen, den Snipe. Scheiße. Wie wir beide gechokt haben. Egal, egal, die kämpfen. Wir lassen die kämpfen, oder? Wir wollen einfach nur den haben. Ja, ja, lassen die kämpfen. Die sind draußen. Okay, warte, 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 der lootet gleich. Die wollen looten. Warte, warte, ja. Oh, der lootet auch. Okay, wir bereit. Bro, geht in den Loot, geht in den Loot. Ja, jetzt auf einmal. Ja, wussten die, dass wir hier sind? Man trifft die scheiße Zip-Line. Man trifft die Kack-Zip-Line dort. Ich aktiviere das kurz, oder? Warte, ich gehe schnell durch den Loot. Wir steppen hier. Ich habe viele Sniper-Kugeln. Hab einen Headshot, hab einen Headshot. Hab ich gefinisht. Oh, links, links, links. Ja, ja. Gehe in Deckung, gehe in Deckung. Hier, hier. Ich schaue nochmal kurz rüber. Ja, ja. Ich gucke, ob ich snipen kann. Okay, ich höre noch seine Steps. Ich habe wieder 50 Sniper-Kugeln. Sehr gut, komm rein. Warte, ich... Da sind glaube ich noch mehr. Er hat auf jeden Fall gestappt hier. Aber scheiß auf den, oder? Bei dir? Oh, oh mein Gott. Oh, du bist der Beste, Junge. Headshot-Snipe von der Seite, Digga. Bei der Headshot-Snipe, let's go. Brauchst du noch was, oder ist das okay? Nee, nee, passt. Ich habe 33. Siehst du? Zwei Stück. Nee, nee. Hit. Einer Nook. Lass aufs Haus gehen vor uns, oder? Hier, können wir die irgendwie abstauben? Oh, ich weiß nicht mehr, wo gerade. Ich habe gepinkt Danger Mark. Ach, da oben. Ja, die sind auf der mittleren Etasche. Einer aus unten, einer aus unten. Boah, der hat gerade überlebt. Oh, ich glaube, der revived jetzt. Hit. Nice. Close. Oh, ich habe, wo der geht es, wo der geht es. Der hat Shotgun. Lauf, lauf, lauf. Oh, mein Gott. Hier links kommt auch jemand. Auf, bei mir auf den Hohen hast du jemand. Er schießt auf mich. Hit. Hast du ihn? Einmal hit. Sein Mate kommt. Hab sein Mate hittet. Oh, mein Gott. Der ist absolut One-Shot. Der ist drin. Hinter mir, hinter mir. Down. Oh, mein Gott. Der Headshot-Snipe des Grauens. Digga, du bist so ein Macher. Let's go, baby. Wir holen das. Komm, wir holen das. Wir haben zwar echt nicht viele Kids, aber wir brauchen den Win. Wir müssen hoch. Ja, wir müssen. Lass lieber rechts, oder? Ja, lass ganz rechts. Wie viele Sniper-Kugeln hast du insgesamt? Ja, 74. Warte mal, 47. So rum. Okay, ich habe 25. Oh, über uns, über uns. Bro, shit. Aber ich habe einmal gehittet. Der läuft weg. Okay, gut. Alter, ich kriege einfach die ganz... Wir müssen noch gucken wegen die oben. Wenn die oben uns pushen... Hab ihn noch, hab ihn noch oben. Das pushen, oder? Ja, die sind tot. Warte mal, wir sind komplett tot. Obwohl, lass dich hingehen. Ich habe das Gefühl, die werden... Wir gehen jetzt hoch. Wir müssen warten, bis die anderen hochgehen gerade. Ja. Lass einfach hier chillen. Ich glaube, wir sind gut im Song. Könnte sein, dass sie uns sehen, aber die wissen nicht, dass wir da sind. Egal, der muss uns doch sehen, oder? Ja, eigentlich schon. Der andere sitzt unten im Haus und Chain da. Dass die uns nicht sehen, ne? Er sieht mich. Mach dich jetzt aber. Headshot, headshot. Wollen wir hoch? Reloadet beides und wir gehen hoch. Hab ich, hab ich, hab ich. So, noten, ausgucken wir den. Wir haben vier Schüsse. Geh rechts lang. Warte, der hat's revive. Hit? Ich bin tot, glaube ich. Ja, ticker. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, fuck, Mann. Ach, Mann, es ist so kacke. Warum kämpfen wir an Rauch dort im Haus und pushen nicht? Die haben alle Waffen. Die können alles machen, aber die machen nicht. Die Chain da in so einer Elke. So scheiße Pippis, Alter. Zehn Kills hat denn der, ey. Oh, Mann. Wie schnell hat der den Revive durchbekommen, ey? Wirklich, ne? Insane. Boah, bitte, lass diesmal nicht so Tryhard-Gegner sein, Tick. Die übertreiben ja, wirklich. Ich würde halt da wieder looten und dann auch da gehen. Da ist ja auch totes Gelut unten, ne? Oh, die fliegen besser als wir. Oh, da kommt jemand. Die fliegen besser. Die tippen in die Stadt. Echt? Haben sie das Schwert damit genommen? Close, 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 close. Ich komme. Jagen die dich? Ne, aber er ist bei mir. Ich habe ihn cracked. Ich habe ihn down. Hinter mir noch. Oh, what the fuck? Ich war drauf erst, ich stehe. Ich kann ihn vielleicht holen. Ich sehe ihn. Down. Hab ihn. Okay, dann machen wir jetzt auch den Sniper. Okay, Bro. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Ich habe Sniper. Wenn du willst, kannst du schon Kills machen. Ja, ich mache. Oh, ich habe einen lilaen Sniper. Oh, der Sniperperk, bitte. Ja, ich kriege Sniperperks, Digga. Let's go. Oh, ich sehe einen. Hier vorne. Ich reroll gerade für Sniperperk. Geh mal hier vorne. Vielleicht sehe ich die. Ich sehe sie nicht. Sind sie ein Busch? Ja, bei der Schildblase. Ey, Bro, was ist denn eine Schildblase? Ach, da. Oh, hä? Bist du blind, oder? Ja. Von der Ding. Werden die abgeschossen von der Brücke, oder? Ja, unter der Brücke. Das rechts hin, oder? Ja, wir gehen nach rechts. Der meint tot. Da sind Sniperkugeln. Wo ist der? Der ist hochgelaufen. Nee. Oh, er ist vor mir. Ich lock ihn, Maxi. Ja, ja. Hinter der Säule ist er. Ja, ist er. Ja, ich sehe ihn. Habe ihn. Oh, let's go. Er ist so kacke. Er ist so kacke. Ich kann nicht mehr rufen. Du kleiner Pester. Ja. Ich sehe nur, wie du den Fahrersitz überspringst, Mann. Wie hast du das gemacht? Ja, jetzt war er draufgespampt, ganz schnell. Schüss, den Link. Oh, die wollen den Boss holen. Was, Jill? Oh, hier. Der Gebüsch, oder was? Nee, da drüben ist. Die wollen den Boss killen. Der Boss lag doch die zu, gerade, Alter. Hinteraus, Mutterrad. Oh, 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 oh. Lass raus raus, lass raus, lass raus. Ja. Habe ihn gesnipet. Hat er. Oh, mein Gott. Oh, habe ihn. Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Hit, 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 fix. Hit. Hit, hit, hit. Fick, das ist 1. Okay, ich push. Er ist so 1 HP. Hinterm Baum. Tot. Oh, der hat so viel gefressen. Das ist unglaublich. Aber nicht in der Nähe. Sniper auf den Kopf. Nee, ne. Aber warte mal, ich lege. Links. Hinter uns, hinter uns. Oh, ich. Heutshot-Snipe. No way. Er macht Dings. Da kommst du nicht rein, Fick. Hab gefinished. Rein? No risk, no fun. Ich geh vor. Du kannst kurz warten, oder? Na, ich bin da ja. Oh, er ist unten. Er hat eine andere Sniper. Ich habe ihn getroffen. Fick, ich habe keine Kugel mehr. Ich habe super viele hier. Er ist los. Hit, 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 hit. Nice. Oh, mein Gott. Er explodiert ja förmlich. Wir müssen jetzt den Wind holen hier. Lass nicht hochgehen, oder? Oder willst du drauf pushen? Oben war schon geil. Oben war schon geil, eigentlich. Sorry. Oben war schon geil, bro. Baby, baby, baby. So, okay. Jetzt gehen wir Richtung... Auf der Enzel ist noch jemand. Zwei Leute. Ja, ja. Gucken wir, wo die hingehen. Die gehen wir links. Gegner, Gegner. Pass auf, sie schießen auf dich. Oh, wo, wo. Hit. Nochmal Hit. Oh, wer ist oben? Ich habe hier... Ich habe... Ich habe noch... Ich habe noch... Ich habe noch... Ah, links, links. Hit. Ich mache den Baum weg. Bro, what? Der Baum ist weg. Oh mein Gott, der habe hier einen Headshot. Wir müssen ein bisschen... Der Fisch ist auch da, hier unten. Lass mal auf den gehen. Hit. Ich habe hier einen Headshot. Nice, one. Let's go. Oh mein Gott. Der hat rebooted. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Ja, ich... Hau ab. Hit. Er brennt. Ich hiel mich kurz. Nochmal Hit. Ich habe einen Hit. Der auf der Straße ist low. One-Shot. Ja, ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wo ist er? Hol ihn einfach. Hol ihn einfach. Digga, ich habe jetzt zwei... Oh, der ist... Fix, der ist one, der ist one, der ist one. Ich habe nichts. Schlack ihn, schlack ihn, schlack ihn. Oh mein Gott, let's go. Oh, holy shit. Das fehlt ein Swin. Ich habe ihn zweimal geschnitten, Digga. Der hatte zwei HP oder so. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Junge. Acht Kills. So, okay Leute, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls du noch mehr Challenges zusammen entwickeln willst. Schaut euch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Fortnite. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich liebe es dann. Ciao.